Wir kommen zur Bewegungsabfolge 2 für die 6- bis 10-Jährigen. Rückwärtsrolle, Tipp mit dem rechten Bein. Rückwärtsrolle, Tipp mit dem linken Bein. Ihr landet sofort im S-Sitz. 1, 2, wichtig, keine Hände benutzen. Nochmal 1, jetzt Hüfte hoch, andere Seite 2, Hüfte hoch. Ihr setzt euch in die Sit-Up-Position, Fußsohlen zusammen, festhalten. Und 5 Sit-Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt nehmt ihr Schwung mit den Beinen, Fersen eng an den Popo, Hände aufsetzen. In die Liegestützposition, Liegestütz, randspringen und einen Strecksprung.